Willkommen in meinem Video Schloss Hellbrunn und Trick Fountains in Salzburg, Austria. Die Wasserspiele sind über 400 Jahre alt und halten so manche Überraschungen bereit. Ein Highlight ist das mechanische Theater, natürlich nur mit Wasser betrieben. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Lustschloss ist ein Ort zum Feiern, zum Vergnügen und zur Erholung. Heute wie schon vor 400 Jahren. Vielen Dank fürs Anschauen. Über ein Like oder ein Abo freue ich mich ganz besonders. Vielleicht bis demnächst mal wieder auf meinem Kanal.